Eine Woche später nehmen Freunde und Familie Abschied. Moderatorin Kim Fischer ist gekommen, DJ Bobo und Sarah Connor singen Thorntons größten Hit. Das war schon sehr, sehr schwer. Es war sehr schwer. Ja, bis unter Tränen habe ich das gesungen. Ich weiß noch, ich habe nur gedacht, ich muss da irgendwie durchkommen.